Die Menzfechtschau in unserem Kanton Abbezell-Osserode haben eine lange Tradition. Wir hier in Hirisau haben vor zwei Jahren als älteste Gemeinschaft ein 125-Jahr-Jubiläum feiern. Wir kommen mit den Tieren hier in den Dorfkernien. Und da sind wir Bauern natürlich angewiesen auf die Gemeinden, die uns die Strassen sperren oder auch nachher wieder waschen. Unsere Schaubogen, die wir haben, stellen uns die Landfrauen zusammen. Sie stellen alle Blumenopfer, die sie im Garten haben, reichlich schmücken. Und es ist doch eine wahre Freude, wie sie strahlen. Wir haben etwa 360-370 Tiere auf dem Platz. Dann braucht es vier Preisrichter, die die Tiere rangieren. Die schönste Kuh kommt zu vorderst her, wird auch angeschrieben mit einem A als Abteilungssiegerin. Am Nachmittag richten die Preise in die Spezialabteilungen zum Vergehen. Das wären so schöne Autopreise oder auch der Tagessieg der original braunen Kühe. Die Fechschau hat vielleicht nicht mehr die gleiche Bedeutung wie früher, als es darum ging, zum Tieren zu verkaufen. Aber trotzdem noch heute auch den Vergleich mit anderen im Kanton. Wo stehen die, wo stehen die, wo stehen die mir. Und da ist der Tag, wo wir die Chance haben, um den Dorfbevölkerung oder für die Touristen zu zeigen. Geschmückt, kommen wir. Schön angelegt in der Regel. Und da schauen wir uns von der besten Seite zu zeigen. Wir laden auch die kleinsten Einwohner ein, damit sie kommen können, dass wir auch mal ein kleines Händchen oder eine Bibel streicheln können. Für unsere Kinder ist ja hier Alltag. Aber für die Stadtkinder ist da immer ein freudiges zu schauen, was hier für strahlende Gesichter zu diesem Streichelzoo auskommt.